Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, vielleicht gibt euch jetzt ja in dieser Zeit ein Lehrer ein Padlet als Arbeitsauftrag. Das heißt, ihr müsst dann auf diesem Padlet etwas machen und wie das geht, das werde ich euch jetzt zeigen. Das Wichtigste zu Beginn, lest euch bitte aufmerksam durch, was hier dran steht. Gerne zwei oder dreimal, denn wenn ein Lehrer etwas nicht direkt zu euch sagt, es ist manchmal schwieriger, das Ganze in Worte zu bringen. Deswegen lieber ausführlich lesen, sich Zeit nehmen, um durchzukommen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel für meine Schüler Aufgaben gemacht und zwar sollen die hier einen Text dazu bringen. Ich gehe hier auf Plus und jetzt kann ich dem Ganzen einen Titel geben und einen Text dazu. Zum Beispiel ist hier das Ganze Hände waschen und jetzt kann ich noch einen Text und da bitte ganze Sätze. Ich wasche mir die Hände, singe zweimal Happy Birthday und seife mir während diesem Happy Birthday die Hände ein, damit ich auch nicht ansteckend bin. Dann kann ich das Ganze anklicken oder woanders hinklicken und mein Ding ist sichtbar. War es doof, dann kann ich hier entweder auf Editieren gehen oder ich kann es nochmal komplett löschen. Wenn ich ein Bild posten soll, dann gehe ich auf Plus und kann hier direkt ein Foto, ein Snap machen oder ich kann auch ein Foto hochladen. Dann muss das Bild natürlich schon auf dem Handy oder auf dem PC liegen, damit ich es hochladen kann. Also müssten wir vielleicht mit dem Smartphone hier hingehen, wenn wir ein Bild fotografieren wollen. Am PC wird das etwas schwierig, etwas abzufotografieren, das wir dann hier hochladen wollen. Mit dem Smartphone kommen wir aber auch hin, wenn wir den Link eingeben. Hier habe ich wieder einen Text und da hätte ich jetzt meinen Schülern gesagt, sie sollen eine Audioaufnahme machen. Ich gehe wieder auf Plus und kann hier auf Punkt, Punkt, Punkt auf Voice gehen. Und jetzt, jetzt wird eine Möglichkeit der Tonaufnahme gesetzt und ich kann hier einen Ton setzen. Auf Löschen kriege ich das Ganze auch wieder weg. Und so schaut das Ganze dann auf dem Smartphone aus. Ziemlich ähnlich. Es gibt ja auch die Plus-Buttons, die Plus-Buttons und so weiter. Man kann hier Sachen eingeben, Text mit der Tastatur eingeben und so weiter. Ich kann es quer senden, aber dann habe ich ein bisschen das Problem, dass ich nicht so viel sehe. Hochkant ist tatsächlich hier das Ganze am besten. Manchmal muss ich genehmigen, dass etwas gemacht werden darf. Hier mache ich zum Beispiel ein Foto gerade von meinem PC. Oder ich klicke zum Beispiel hin, gebe hier Text ein oder hier auf Voice, gebe noch mein Mikrofon frei. Und dann kann ich wunderbar eine Tonaufnahme machen. Ihr seht, sehr intuitiv auch am Smartphone zu bedienen und dann habe ich auch die Möglichkeit Fotos zu machen oder sonst irgendwas. Das war's. Denkt daran, genau lesen, genau schauen, was man zu tun hat und dann in Ruhe das bearbeiten, was ihr tun müsst. Nicht hektisch und geschwind, geschwind. Und lest euch durch, was die anderen gemacht haben. Tschüss.